Shalom, Shalom. Ja, ich grüße euch herzlich aus Afrika und zwar heute aus dem höchsten Norden in Uganda. Gott hat uns vor sechs Jahren hierher geführt, um hier unter den Allerärmsten einen Kindergarten zu bauen, eine Schule und ein Dorf für die kranken und alten Menschen zwischen 80 und 100. Und wisst ihr, ich tue einfach, was Gott sagt. Ich sage, lieber Gott, ich stehe dir zur Verfügung, du musst mir jetzt alles geben, die ganzen Pläne, die Menschen, das Geld, mir genau zeigen, wo es sein soll und er hat alles gemacht. Und ich sage es euch, das ist für uns einfach so eine, eine, ja, eine Geschichte, die Gott hier schreibt mit den Menschen in Afrika und zwar den Allerärmsten. Und die sind so dankbar, dass ihre Kinder in die Schule gehen können. Die Alten sind so dankbar, die leben sogar verschiedene Clans, also verschiedene Volksgruppen miteinander und lieben einander und tragen einander und sind fröhlich und beten. Ich sage es euch, Jesus lebt in Afrika. Und ich bin so dankbar, dass ich die Gnade hatte, gehorsam zu sein und zu kommen, ohne zu wissen, was Gott für mich vorhat. Aber ich glaube, er sagt man immer wieder, es ist erst ein bescheidener Anfang und das Große kommt erst. Jetzt haben schon sieben Nationen in Afrika mir geschrieben, Mama Maria, dein Werk heißt Vision für Afrika. Zum Beispiel einer hat geschrieben, wir sind auch Afrika, Nigerien, komm zu uns und fang auch eine Vision für Afrika an. Komm nicht in den Norden, da ist Krieg, komm in den Süden, wir helfen dir. Und so habe ich schon sieben Nationen, die jetzt dieses Werk multipliziert sehen möchten in ihren Nationen. Und Gott hat mir gesagt, das werde nicht mehr ich machen, sondern meine Mitarbeiter und zwar meine afrikanischen Mitarbeiter. Und da sind wir jetzt am beten, wie wir dieses Werk für ganz Afrika erweitern können und der Welt zeigen, wie Gott möchte, dass wir Reich Gottes bauen. Und zwar dort, ja, wisst ihr, wo wir wissen, da kriege ich nichts zurück, sondern alle Ehre gebührt dem Herrn, alles Lob gebührt dem Herrn, aber wir haben Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und wenn ihr da dabei sein wollt, bei diesem Himmel herunterreisen auf die Erde, zu den Menschen, die eigentlich bisher geglaubt haben, sie sind vergessen, dann meldet euch. Gott sucht Menschen, die heute bereit sind, Reich Gottes zu bauen. Koste es, was es wolle. Und ich garantiere euch, ihr braucht nur eure Bereitschaft, nur eure Verfügbarkeit. Alles andere wird Gott dazu schenken. Shalom, Shalom. Musik